Hallöchen, herzlich willkommen zu unserer ersten Maschinenvorstellung mit unserem Belarus. So, jetzt nochmal hallo zu unserer ersten Maschinenvorstellung mit unserem schönen Russen, unseren Belarus. Ja, wir haben uns entschieden, nicht mit dem neuesten Modell anzufangen, sondern ein etwas älteres zu nehmen. Ja, und hier steht er nun in seiner vollen Pracht. Er hat ja schon einige Stunden auf dem Buckel und ja, wurde natürlich auch wieder nichts geputzt für unser Video. Und ich denke, wir sind richtige Lodderschweine, ey. Ich grüße hier raus an ein paar Schwalben. Schön. So, genau. Und wir haben jetzt hier ein Belarus 920. Ja, das ist jetzt einer mit Allrad. Das sind hier nicht die Originalschlappen. Die sind jetzt nachträglich draufgekommen. Normal ist das auch nochmal mit so einem Treckerprofil und nicht so einem Straßenprofil. Aber das ist, sag ich mal, eine gute Kombi zwischen Offroad, ja, und für Straßentauglichkeit, sag ich mal. Hier fühlt sich dann aber auch der ein oder andere Stein. Ist halt nicht so wie da hinten. Der könnte jetzt allgemein auch hinten wieder neue Reifen gebrauchen. Hier haben wir jetzt ein schönes Frontgewicht. Ja, das ist ungefähr zwei Tonnen, wie man hier erkennen kann. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir haben hier nur, das kommt vom Werk aus. Und das kam dann so vom Händler auch gleich mit. Ist auch ein bisschen besser, weil der braucht hier vorne was. Wenn man da hinten was Schwereres dran hat, dann macht der da Männchen. Das ist dann nicht so toll. Ja, wie sich's hier hört, hier ein schönes Hufeisen. Ja, weil bei uns ja auf dem Hof und allgemein auch im Ort gibt's mehr Pferde als Menschen. Und da gehört sich natürlich dann auch so ein schönes Hufeisen. Schön mit Hufnägel noch drin. Und das sieht eigentlich auch schön aus und macht was her. Muss man nicht haben. Aber soviel erstmal zu diesem Trecker. Und wir kommen gleich erstmal noch zu weiteren Infos. So wie Tim schon gesagt hat, fährt unser Russel natürlich nicht so viel mehr auf der Straße, sondern wird vor allem im Winter für die Stallarbeit benutzt. Wenn die Kühe wieder im Stall sind, dann brauchen wir natürlich auch zum Beispiel Stroh. Und da wird dort hinten der Strohpuster angehangen. Dort wird dann eine Strohrollerei gemacht und wird dann in den Stall gepustet. Aber nicht nur das, denn zur Pfingstzeit fängt natürlich wieder die Heuernte an. Und da wird unser Russel auch benutzt, zum Beispiel für das Heuwenden. Oder wenn mal das Wetter droht und das Heu muss schnell in den Stall, dann fährt der Trecker auch los und holt die Heuräunen in den Stall. Es fängt natürlich auch immer wieder Arbeiten zwischendurch an, wo der Trecker auch gut gebraucht wird, zum Beispiel beim Wasserfahren. Oder in der herbstlichen Zeit nach dem Drillen, wenn der Acker gewalzt wird. Und dafür verwenden wir auch den Belarus. Prima, so viel Vorruhscheiße will er hier dran, es wird er einwandfrei. Ja, also wie schon gesagt, grüße ich ihn raus an unsere Ferse da hinten. Ja, willkommen bald. So, wie schon gesagt, das sind nicht mehr die Originalreifen. Hier haben wir andere dran gemacht. Dann hat er ja natürlich Allreiz hier vorne, die Vorderachse, die lenkt mit, wenn man das möchte. Muss man den drinnen einschalten. Das ist auch alles mechanisch. So, dann ganz normal hier auch nochmal ein Tritt, eine Tür, ein Auspuff, alles so, was ein Trecker dann auch braucht. Hier haben wir dann hinten nochmal unsere Radgewichte. Willkommen bald. Die brauchen wir nachher, zum Beispiel beim Flügen oder irgendwas. Wenn das Frontgewicht dann nachher zu klein wird, dann fängt er an zu springen und dass der Trecker allgemein auch besser auf den Boden gehalten wird, sind hier Radgewichte drauf. Und da vorne dann auch nochmal dieses Frontgewicht. Ja, das ist jetzt hier unser Belarus 920, ja. Der hat 81 PS und hat ein Synchrongetriebe. Und das macht sich halt schon ein bisschen besser. Da knurkst du nicht so doll mehr im Trecker. Man muss ja auch gehen zwischen, Jasmin Erjäm. Manchmal, vielleicht, wenn man vom Rückwärtsjangen, wenn er im Vorwärtsjangen schaltet oder umgedreht, dann muss man schon gucken, dass man da den passenden Moment erwischt für den Schaltknüppel, damit die Bruder hier nicht ganz so knurkst beim Schalten. Ja, und eigentlich gibt es hier nicht so viel weiter zu sagen. Wir haben hier ganz normalen Kessel, da wo die Luft drin ist. Ja, der müsste wahrscheinlich dann auch mal ein bisschen entlüftet werden, weil da wird die Suppe wahrscheinlich schon wieder drin stehen. Ja, allgemein ist das halt auch ein Trecker, der immer fährt. Hier kann man auch noch vieles selber machen. Den kann man antrecken. Ja, antrecken sagen wir hier oder anziehen. Und dann fängt der halt wieder an zu laufen. Und der springt halt auch so ziemlich immer an. Das ist auch so was. Natürlich muss man ja aufpassen, weil es passiert ja öfters mal, dass die Tankanzeige nicht mehr geht. Und wenn dann hier kein Sprit drin ist, dann hast du ja unten immer im Tank ein bisschen Dreck. Und wenn der den ganzen Dreck dann durchzieht, ja, in eine Spritpumpe, dann ist das Ding völlig zu. Und dann bist du ja erst mal am Fummeln und Fummeln. Da hat Detlef schon einige Minuten, beziehungsweise, naja, Stunden will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt nervig. Wenn man hier was machen möchte und man muss erst fummeln, Detlef kennt das. Eigentlich kennt das hier fast jeder von uns. Weil es kommt öfters mal vor, wenn man keinen Überblick mehr hat bei der Tankanzeige. Und dann ist das halt so. Wir quatschen schon vor der Füll zu Füll. Wir können ja hier nochmal drum herum gehen und zeigen hier unser schönes Teil. Ja, da ist der Luftfilter zum Beispiel. Hier da oben, der kleine Binocle da oben. Dann haben wir unsere Arbeitsscheinwerfer, die eine Million Lumen haben. Und die leuchten halt ganz Paris aus. Dann haben wir hier nachträglich nachgerüstet eine schöne Werkzeugkiste. Ja, die war hier nicht dran. Die wackelt hier auch schön hin und her und ist natürlich auch wohl vollgeschissen. Das brauchen wir ja nicht vergessen. Unsere schönen Seitentüren, ja. Und allgemein, hier haben wir halt alles, was so ein Trecker hat, ja, nicht Maschine, Anlasser. So, ich hopse jetzt mal schnell in den Trecker rein. So. So, erster Eindruck von der Kabine. Es sieht komplett anders aus als bei den neuen Treckern. Ich saß ja hier noch nie drin, das muss man dazu sagen. Ich saß bisher immer bei den neuen Treckern drin. Ja. So, ich wüsste jetzt schon mal gar nicht, wie ich den zum Starten bringen müsste. Ja, das ist auch ein bisschen hier mit dem Trick versehen. Ist das eigentlich original so, dass man die Kabel so sieht? Wie die Kabel, das ist alles original so. Ja? Nein, eigentlich fehlt hier eine Verkleidung. Hier habt ihr auch ein schönes Schild. Frustschutz aufgefüllt, ja. Das meine ich jetzt aber nicht. Ich meinte eigentlich, hier habt ihr noch ein anderes Schild. Achtung, vor Fahrtantritt Lenkradbefestigung überprüfen. Das ist so ein richtiges schönes Sicherheitsgefühl, was man hier von Belarus mit auf dem Weg gehemmt bekommt. Und das finde ich aber noch richtig schön. So, wie man sieht, ist auch schon alles sehr einfach gehalten. Also, ja, hier gibt es nicht mal einen richtigen Sitz für einen Beifahrer. Also jedenfalls kann ich da kein dicker Mensch reinsetzen. Und ich denke... Wer ist denn bei uns dick? Wer ist denn bei uns dick? Niemand. Niemand. Nö, habe ich ja nicht gesagt. Ach so, okay. Ja, könnt ruhig mal abstimmen, wer bei uns hier die fette Sau ist. Schreibt das ruhig in die Kommentare. Und darauf essen wir dann noch ein Stück Schoki. Schoki, Schoki. Ja, und ich denke auch nicht, dass dieser Trecker hier Sitzheizung hat. Wie bei den neuen. Im Sommer ist es definitiv Sitzheizung. Das kann ich dir schon mal sagen. Weil hier hat man auch bestimmt keine Klimaanlage, wa? Doch, das siehst du hier. Ja. Hier ist die Klimaanlage jetzt an. Und jetzt ist die Klimaanlage zu. Ja, Lüftung ist noch an, aber Klimaanlage ist aus. Jetzt ist sie wohl an. Oh ja. Ich merke es gleich. Und dann haben wir noch eine geltere Stufe, wenn wir die Tür da hinten aufmachen. Genau, das wäre unsere Klimaanlage. Ja gut, ja. Einfach, aber praktisch. Ja. Ja, wir haben aber hier ein Dachfenster. Das mache ich jetzt nicht auf. Nee, würde ich jetzt auch nicht machen. Wir haben eine Sonnenblende. Frisch die nicht ab. Einwandfrei. Aber mir fehlt hier das Radio. Ja, das ist... Man singt dann hier öfters mal bei Don't Talking. Grüße hier immer noch aus. Oder... An Dieter Polen? Nee, nicht an Dieter Polen. An Onkel Detlef. Ach so. Ja, schön. Aber man hat Licht. Man kann was sehen, wenn es dunkel ist. Ja, das ist prima. Das ist schön. Aber der Sitz ist gemütlich. Fühle ich mich wohl? Super. Dann kannst du ja losgehen. Kannst du fahren bis... Mexiko. Bis Mexiko. Ja, oder lieber nach Kiew. Kiew. Da musst du nicht über einen großen Teich. Ja. So, das ist nur der schöne Trecker. Ja, den wir wahrscheinlich auch nie hergehen werden, weil der halt auch immer anspringt und auch irgendwo immer so unsere kleine Notlösung ist. Oder wie man jetzt einfach ganz modern sagen kann, das ist hier unser Backup. Ja, so. Und den gab es halt schon immer. Der hat halt alles gemacht, Mist gestreut. Hier wurde mit geflügt, hier wurde mit Ballen geholt. Wir hatten ja auch noch einen mit Frontlader, aber man muss sich ja dann irgendwann auch mal von die lieben Trecker trennen. Und der ist aber trotzdem geblieben, wie gesagt, als Backup. Ja, und das ist halt der Einsatz. Also der musste damals schon auch einige Stunden leisten. Und jetzt ist er halt nur noch da, damit wir so eine Zwischenarbeit machen können. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Natürlich auch keine Veränderung, schaltisoliert ist das hink natürlich auch nicht. Und ich habe hier einmal schöne Reise da. Mit dem Sprungbooster wird es natürlich noch schöner. So, und jetzt kommt er zur ersten Lone. Das war hier. So, und dann fahren wir auch gleich hoch rein in die schöne Garage hier. So, das ist unser schöner Trecker. Das war jetzt gerade die Bremse. Die ist wunderbar eingestellt. Da klatscht eine kleine Frontscheibe dran. Und das ist jetzt hier unser schöner Trecker. Und eine schöne Sache ist, wenn man den Trecker jetzt ausschalten möchte, hat man ja hier einen Zündschlüssel. Der Zündschlüssel sagt aber null aus. Ja, den kann man hier so zack ausmachen und der Trecker läuft halt immer noch. Dann nimmt man hier den Hebel vom Jass und macht den Jass einfach nach hinten. Dann ist das Jass weg und der Trecker ist aus. Und schon ist hier wieder eine wunderbare Stille. Und hier ist so der Arsch kalt in dem Trecker. Machen wir mal die Lüftung zu hier. Aber nein, wir haben natürlich auch noch eine richtige Lüftung. Hier oben ist das Zeichen. Ja, wir haben Scheinwischer. Wir haben hier unsere schönen 1-Millionen-Lumen-Arbeitsscheinwerfer und die Lüftung. Ja, genau. So, und an alle Sicherheitshasen und an alle Klugscheißer, ja. Hier sieht man jetzt unsere Scheibe, die natürlich schon ein bisschen geplatzt ist und gerissen. Das liegt einfach daran, dass es keine Originalscheibe ist. Wir hatten hier vom Glaser uns was anfertigen lassen. Aber, ja, bei irgendwelchen Erschütterungen und sonst was passt nicht ganz. Und von der Stärke hat es anscheinend jetzt nicht so ausgereicht. Also ist sie aufgeplatzt. Sie hält, die ist jetzt nicht instabil. Ja, natürlich sind hier Risse drin. Aber, so, sag ich mal, ist es immer noch besser. Ja, keine Scheibe. Soviel zum Thema. So, kurz und knapp. Das war jetzt unsere erste Maschinenvorstellung. Wir hoffen, ihr konntet damit was anfangen. Und wir hoffen natürlich, Eures hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen zweiten Advent. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Wollen wir diesmal Outtakes machen? Outtakes. Guten Tag. Heute hier mit Bauer Schäcki und wieder Outtakes. 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 Und dann Mais raushängen lassen. Das sah jetzt bestimmt aus wie bei New Kids, wenn man da auch nach oben guckt hier. Outtakes. 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 Outtakes.